Ah, ein bisschen längs laufen. Jetzt habe ich noch eine schöne Mütze. Ist das hier richtig? Ne, hier bin ich falsch. Oh, ich werde hier beinahe runter gesplasht. Ja, das sieht echt gut aus, Leute. So wollte ich schon immer mal spielen. WiiU Party, Blog Party. Hey und willkommen muss ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu einer Folge Blog Party auf HIFMC. Live aus dem YouTuber-Haus. Ihr habt es ja schon vielleicht mitbekommen, dass Palle und ich jetzt hier eine Woche uns, mindestens eine Woche übrigens, einquartiert haben. Und neben ganz vielen tollen Mini-Spielen, die wir spielen, werden wir auch ein paar Clan-Party-Specials machen. Aber dazu später mehr, denn jetzt erstmal Blog-Party. Und jetzt machen wir einen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der geilsten Party ever. Tschüss. So, jetzt sind wir in der Runde und müssen wir mal schauen. Und unten, wie gesagt, kriegt ihr ja die Fahrmarkenzeit. Ich habe jetzt schon keine Panik. Keine Ahnung, wo grau ist. Ganz locker, ganz locker, ganz locker. Ah, wir sind noch drin. Die Hälfte ist schon runtergefallen. Gut gemacht. Zack. So. Kennt ihr doch diese Werbung MB präsentiert. Mit rechts kannst du gucken, ob das der richtige Blog ist. Ja, hier ist doch der. Alles cool, alles cool. Mit Rättsklick? Nee, mit normalen Klick. Wieso? Auflegen. Ah, guck mal. Heftiger Trick. Das habe ich in den Kommentaren gelesen in der letzten Folge. Da, grün, guck. Ja, ja, das ist der hier. Ja, ja, das ist der hier. Drück drauf, drück drauf. Ja. Alles cool. Ja, dann siehst du nämlich hier so, weißt du, wie das so übereinander geht. Und dann ist das perfekt. Oh, Herr Bergmann. Ja. Lida, du warst doch drauf gerade. Ist das das? Ja. Nein. Nein, doch ist es. Nein. Ich war's schuld? Ja, du warst schuld. Ich wäre auf das Richtige gegangen. Dann muss ich die nächste Runde jetzt hinhalten. Ja. Okay. Ich verrech's aber. Okay, dann spielt Simon gleich die nächste Runde. Bis gleich. Wuuup. Womit gehst du? Mit mehr als D nicht, ne? Mit P, L, Ö und H. P, L, Ö, okay, okay. Oh Gott. Grau. Grau ist das. Ja. Alter, ich spiele gerade mit der Linkshänder-Tastatur. Oh, oh, oh. Bin ich schon wieder richtig? Ja. Ich bleib einfach immer stehen. Ich bin immer richtig. Guck mal. Ich muss einfach nichts machen. Vor allem als Linkshänder, das ist das gut beeindruckt. P, L, Ö. Das kriegst du hin. Ja, krieg ich hin, krieg ich hin. Oh, bin ich hier richtig? Nee. Doch, doch, bin ich hier richtig? Nee, 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 bist du nicht. Nein. Alter, was hab ich getan? Wie schlecht bin ich? Es ist aber auch, verdammt, guck mal, die Sonne strahlt hier voll rein. Man sieht echt nix. Es ist auch mega blöd bei dem Spielmos, dass es halt die ganze Zeit dunkel ist. Deswegen siehst du halt die Blöcke auch nicht richtig. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt wird Palle nochmal. Jetzt muss Palloten. Jetzt muss Palloten. Bis gleich. Bis gleich. Mehr Chaos, Alter. So, Leute. Jetzt ist P. Dizzle am Stall. Aber erstmal müssen wir noch mal ein bisschen Fisch pumpen. Fisch pumpen. So. Komm schon, haben wir ein bisschen aufgewärmt. Palloten muss gewinnen. Wir feuern ihn an, okay? Ja, ja. Ich muss gewinnen. Palloten. Ey, wenn das jetzt richtig in die Hose geht. Habe ich schon einen Block? Oh, warte. Das sieht gut aus. Das ist doch die Farbe, oder? Du bist an. Das sind die Bergmann-Cool, deswegen habe ich auch ne Bergmann-Sticker. Aber sowas von. Ah, ein bisschen längs laufen. Jetzt habe ich noch eine schöne Mütze. Ist das hier richtig? Nee, hier bin ich falsch. Hu, hu, hu. Die stehen einfach alles. Du bist wirklich... Dankeschön. Du bist einfach schön. Oh, ich wäre hier beinahe runtergesplashed. Was hast du früher so für Moves gemacht, Alter, im Club, Simon? Oh. Ich habe immer geraved. Ja? Immer gepo... Ja, das sieht echt gut aus, Leute. So wollte ich schon immer mal spielen. Die ist aber gut. Damit sehe ich ein bisschen besser. Oh, oh, warte mal. Ihr müsst mich... Ich seh doch gar nicht. Ist das richtig? Ja, ja, ja. Okay. Wollt ihr mir sonst noch irgendwas? Einen Ball auf die Nase legen, oder so? Lassen wir es erstmal suchen. Oh, Alter. Aber ich sehe ihn einen Ticken besser, glaube ich. Jetzt ehrlich. Einen Ticken besser. Gehen. Sophie, war gut hier. Stehe ich richtig? Ja. Guck mal, der ist richtig glücklich. Dem geht es wirklich gut. Der sieht aus wie eins deiner Happy Wheels Vorschau, bitte. Ist stimmt. Oh, oh, ist das hier? Richtig, ja. Okay. Okay. Wo ist der? Wo ist der hin? Hey, was geht ab, Bro? Was geht ab? Der ist echt außen. Ach so, okay. Warte, hier? Bugs, mein Bugs. Ich seh nicht. Wo, 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 wo. Ich seh doch einfach nicht stolz. Hast du sonst noch was? Du siehst gut aus. Okay. Das ist die Hauptsache. Meine Runde, Herr Bergmann, den Abschluss wieder. Okay. So, letzte Runde. Ähm. Mach ich jetzt. Guck mal, gelb. Gelb. Das mit dem Rechtsklick finde ich echt einen guten Tipp, ey. Also, danke dafür. Du musst auf die Falsche Tasse draufdrücken. Und dann zeigt der so dödö und das ist Falsches. Doch. Ja. So, das. Das, nein, das, das. Oh, oh, oh. Alles gut, alles gut. Sehr gut, Herr Bergmann. Man muss natürlich erstmal ein bisschen gucken. So, ne? Bisschen springen. Was war das für ein Geräusch? Ja, das ist ein Auftrag. Ey, das ist K-4W. So, nochmal zieren. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Das ist Falsches, Falsches, Falsches! Richtig, alles gut, okay, es war kurz spannend. Du gewinnst, du gewinnst. Also wir sind auf jeden Fall... Ja, du gewinnst, ne? Erstmal so hier, ja, ja, ja. Du mal auf das Grüne drückst, also so, dass du mal auf das Grüne draufdrückst. Magenta? Ja. Das war noch Magenta. Okay, okay. Oh, jetzt wird's natürlich... Jetzt wird's natürlich knifflig. Grey. Das? Das ist Grey. Doch, das ist Grey. Ja. Ja, okay. Wie kann das denn Grey sein? Das ist schon eher schwarz. Ja, aber richtig. Oh, jetzt ist... Boah, jetzt ist natürlich... Jetzt ist... White. Das ist jetzt natürlich richtig schwer, ey. Oh oh, jetzt... Oh oh, Herr Bergmann. Oh oh. Es sind noch viel zu viele Spieler da, ey. Das ist das Problem. Ich will einfach stehen. Sag... Grey. Ist das? Nein, es ist nicht Grey. Da! Fuck! Spring! Das war... Hä? Ne, ich bin da. Man hat die Kante gar nicht gesehen. Herr Bergmann, Herr Bergmann. Yellow? Ist das richtig? Ja, ja, ja. Herr Bergmann gibt sich heute aber die Kante. Lass mich runterfallen. Ja. Herr Bergmann, du musst es jetzt schaffen. Ja. Der Druck, die auf dir lastet. Ja. Ich lass keinen Druck auf mich. Krass doch. Ich mach das Ding hier, kein Problem. Weißt du warum? Weil ich Raver bin. Ja, aber du hast noch nicht einmal in dieser Episode gefisztpumpt. Ne, ich bin auch kein Fisztpumper. Ich mach den Einkaufswagen nachher. Wie gehen denn der Einkaufswagen? So. Oh, okay. Der Sonnenbandflame. Oh, das ist noch einer. Oh, was geht jetzt ab? Die letzte Runde auf einmal startet er durch. Weißt du, das was mir bei Endergames und überall woanders fehlt, das hole ich mir hier bei Blocked Party wieder ein. Weil du auch mal tanzen kannst. Genau, genau. Ja, auch immer in seiner Freizeit, er denkt immer nur tanzen, tanzen, yellow dann. Ja. Alter, Herr Bergmann, du bist gut im Rennen. Ja. Aber es sind noch viel zu viele Leute da, das ist das Problem. Ich würd dich ihm kitzeln. Ich würd dich ihm kitzeln. Also kitzeln mich, Elmo. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Oh, Herr Bergmann. Aber das sind einfach gute Gegner, kann man nicht anders sagen. Also da muss ich mal wirklich einen Lob aussprechen. Das sind die besten Gegner ever. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Hast du gewonnen? Population. Yay! Ne, hab ich nicht, oder? Doch, doch, du hast gewonnen. Ja, ich bin doch der Kalt, ich bin in der Mitte. Alle sind gleichzeitig runtergefallen, wie krass ist das denn? Du hast gewonnen. Ja, gut, aber wenig überraschend, oder? Oh Gott, bevor es arrogant wirkt. Nein, ich freu mich wirklich sehr über diesen Sieg. Ähm, ja, natürlich nur mit eurer Unterstützung. Also ganz klar. Ja, Leute, das ist geil. Aber wir werden die nächste Tage... Dir steht die Mütze wirklich gut, Palle, Alter. Du bist so ein verwegener Surferboy jetzt irgendwie. Wir werden in den nächsten Tagen noch viel mehr Minispiele und so weiter und so fort zusammen spielen und auch viel Sachen, wo wir mehr Zeit reinstecken. Wir haben jetzt gerade nur einfach so, wir müssen halt jetzt was raushauen für euch. Und ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt auch so einen Aufkleber auf eurem Kopf. Den gebe ich euch gleich. Wenn ihr das Video bewertet, dann kriegt ihr den Aufkleber. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Herr Bergmann, wir kleben einfach mit den Leuten mal Aufkleber auf den Kopf. Oder? Dann machen wir das. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss